Haus zum arabischen Kaffeebaum Auf die Idee, Bohnen vom Kaffeestrauch zu rösten und daraus ein Gebräu herzustellen, ist man vermutlich erstmals in Äthiopien gekommen. Über das Osmanische Reich eroberte der Kaffee ab dem 16. Jahrhundert Syrien, Ägypten und das südöstliche Europa. Mit den Anfängen der Kolonialisierung fiel das Kaffeemonopol der arabischen Welt und der Kaffee fand Einzug in vielen Gasthäusern in Mitteleuropa. Seit 1711 wird in dem Haus in der kleinen Fleischergasse nachweislich Kaffee ausgeschenkt. Der Bau, der ursprünglich aus dem Jahr 1554 datiert, wurde 1718 im Stil des Barock umgebaut. Über dem zentralen Eingang ließ der Bauherr eine Plastik anbringen. Sie zeigt einen Kaffeebaum, zu dessen Füßen ein Mann mit Turban ruht. Er stützt sich auf eine große Kaffeekanne, während ihm ein Putto, eine Tasse mit dem Kaffee reicht. Anfang des 18. Jahrhunderts soll im Hinterhof ein echter Kaffeebaum gestanden haben. Davon abgeleitet ist der Name des Anwesens Kaffeebaum. Das Kaffeehaus, das neben dem Café Brokop in Paris das älteste noch erhaltene Kaffeehaus in Europa ist, war vor allem unter Komponisten und Schriftstellern beliebt. Zu der illustren Gäste-Schar zählten unter anderem Gotthold Ephraim Lessing, Richard Wagner, Felix Mendelssohn-Bartoldi, Robert Schumann, Max Klinger und der Verleger und Politiker Robert Blum. Bis heute wird im Erdgeschoss Kaffee ausgeschenkt. In den oberen Stockwerken befindet sich ein Museum, das die 300-jährige Geschichte des Cafés in Sachsen zum Gegenstand hat. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. 2 3 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020